Ho 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 Wenn man Polonaise da hat, muss man auch mit der Fiespix stellen Sie uns bitte aus wie ein Foto. Wo soll ich fotografieren? Am besten von der Richtung, dass die wichtigsten Personen oben sind. Das hat der Oliver ein Wahnsinn. Die Einladung ist vom Oliver. Ich erinnere mich an die letzten Wochen, wo wir das alles geplant haben, wo ich eine blöde Idee gehabt habe. Wo ich gesagt habe, ich möchte auf die Straße noch gesperrt haben. Jawohl! Und anscheinend haben wir da die falschen Leute erklärt, weil ich mir dachte, irgendeiner wird schon breit. Und dann habe ich gesagt, dass die Toffees sind. Und dann habe ich gesagt, dass die Toffees sind. Und dann habe ich gesagt, super! Und dann habe ich gesagt, dass die Toffees sind. Und dann habe ich gesagt, dass die Toffees nicht so schön gesehen haben. Und genauso ist es heute. Und so wie man das Fest vorgestellt hat, dass ich es mit euch verbringen kann. Und dann habe ich gesagt. Und dann habe ich gesagt, dass ich das jetzt schon schön gesehen habe. Und dann habe ich gesagt, dass ich jetzt keinen vergiss. Ich bin so los hingelernt. Da ist es für heute! Gosta, dass sie hier! Ja, dass sie hier! Wir sind hier, wir sind hier! Wir sind hier, wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier! Wir sind hier! Lass uns... Lass uns an! Lass uns an! Wir haben alle, die gerne Mörschweiß haben und Kaffee und so, Wir haben leider aus organisatorischen Gründen, haben wir ein bisschen überlegt, ob wir entweder Kaffee und Kuchen machen oder wir machen eine Schnapsbarke. Nein, es war wirklich so. Nach langem Hin und Her haben wir uns 5 Sekunden für die Schnapsbarke. Deswegen, wer gern Kaffee und Kuchen mag, kann gerne morgen kommen, wegräumen und helfen, da gibt es keine Kaffee. Ganz kurz sind die letzten 3 Tage geworden, ein Wahnsinn. Ich geh einfach von der Reihe noch durch und unter wen hat besser der Freiburg Klausi. Der Freiburg Klausi hat sehr erfolgreich den Schnapsbrill-Test besprochen. Am Morgen langsame Schritte und der Knopf ist er wieder gekriegt. Der René war da und nach halber, drei waren er da. Viele Freunde, die es bei uns der Zeit gehabt haben, aber die ich sonst nicht von der Arbeit weg erholen wollte. Martin, Martin, Wahnsinn! Martin ist der, wenn du sagst, du gehörte Straßen zu haben, da kommt am nächsten Tag der Kerber und sagt, das ist doch was hier. Das ist nicht zu blank, der Martin ist einfach ein Viech in dem, was er tut. Leider, leider hat er... Kannst du sein Dresd geben? Leider, leider... Der ist ja sehr viel mein Sorge. Weil er so ein guter Hakel ist, das hat sein Chef auch schon übernossert, hat er den gallischen Namen Kuntlix. Weil er ganz, ganz höchstel Zeit hat dieser Kerl. Das ist ja so. Wolle, was haben wir erlebt? Ich will nicht alles erzählen heute. Ich will nicht alles erzählen heute. Was haben wir in den letzten Tagen erlebt? Was ist gegangen? Was ist da weitergegangen, Alter? Schaut euch das Schild auf, das ich mir stehe. Wolle, Wolle! Wolle! Irgendwas wie solche Leute, was solche Hammerer aus, ist das ein Frevel zum so empfessen. Der Mike! Schaut euch den kleinen Cäsar, wie der da so sitzt. Ein alter Spruch von Mike ist, da helfen wir alle zu. Oder der Mike besucht solche Zöter, schau sich die Zöter aus. Und der Verrufte, besucht's nicht nur, er zahlt's. Ich bin der Oliver Trauer, der steht eh so. Zum Abschluss mag ich euch ein bisschen was einladen. Nämlich, auf das, was wirklich wichtig ist. Wir dürfen nicht vergessen. Der kurze Moment, zwischen Vergangenheit und Zukunft, ist das Leben. Und das Leben, das Leben leben wir heute. Wir müssen heute die ganze Nacht leben, und wir müssen mit euch immer leben, ich stehe auf euch! Nein! Das istvielile ich! Ja, nein! Ja, nein! Saukzecher! Entschuldigt's für Dettler Mähkiss. Peter, da wollen wir sagen, der Restzeuger. Ja, das ist es.